Okay. Sorgen wir dafür, dass alles okay ist. Wie läuft's mit der Pumpe? Antwort endlich! Bist du schon fertig mit der Pumpe? Komm und hilf mir mit der Beleuchtung! Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße! Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Was da wohl drin sein mag? Weiß ich nicht. Aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintrifft. Wir sind bereit. Inspektoren kommen. Bereit machen. Verdammt! Ach, keine Sorge. Krieg ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Status? Fast geladen. Was läuft da am Tor? Die Archäologen sind da. Jetzt schon? Ja. Die Archäologen sind da. Das war's. Was ist das hier noch? Du hast keine Privilegien mehr. Warte nur. Hier ist Gamma-Dina. Operation Blackout abgeschlossen. Keine Zeugen. Und Städte gesichert. Ich muss schnell sein. Okay. Entsorgen wir die Leichen. Du hörst den Polizeipunkt an. Sag Bescheid, wenn die Schüsse im Endeffekt sind. Rude und die Verstärkung sind unterwegs. Alles muss bereit sein, wenn sie eintreffen. Scheiß Archäologen. Zum Glück sind wir hier los. Wir haben schon ewig versucht, unser Vorhaben zu torpedieren. Was haben Sie jetzt davon? Hoffentlich war es das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig. Basislager. Hier ist Gamma-Lida. Wo bleibt die Verstärkung? Was soll die Scheiße? Bereich gesichert, aber wir brauchen Deckung. Jemand hat bestimmt was gehört. Teil 2 des Plans. Wir sagen, wir haben ein tollwütiges Dschungelfieh erschossen. Aber da sind noch mehr. Wir halten sie auf, solange es geht. Basislager. Das Signal lässt nach und rauscht. Basislager. Bitte kommen, Basislager. Inspektoren kommen. Bereit machen. Zum nächsten Raster. Verdammt, sie macht Jagd auf uns. Und dafür bezahlen sie. Scheiße. Bericht über weitere Schüsse bestätigen. Hört ihr mich? Los geht's mal! Sie sind getroffen! Sichtung bestätigt! Es ist ein Kroft! Angriff! Mingus will sie leben! Sie tötet unsere Leute! Scheiße! Verstanden! Ziel gesichtet! Die Helikopter immer gehasst. Die Helikopter ist ein Kroft! Sie sind getroffen! Ha! Mehr hast du nicht drauf? Jetzt sind sie ja nicht! Alter Feuern! Ja! Nein! Unsere Angriff bereit hat! Ich will sie noch weg! 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 Oh! Dieses Wesenstück macht hier so viel Ärger! Das kann ich jetzt einfach stärken! Nicht weiter! Jetzt heißt es du oder ich! Bist du immer noch bereit? Ah! 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 Oh, oh, oh. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Da ist sie! Stop! Tut ihr nichts. Lara Croft. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich schon lang für deine Arbeit. Wie von Trinity zu erwarten war. Der Schlüssel von Chuck Chell. Mein Leben lang habe ich danach gesucht. Wo ist die Schatulle von X-Cell? Gib sie mir. Sie ist an einem sicheren Ort. Du hast sie nicht? Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne all das hier, aber ohne die Schatulle, droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne. Du lügst. Lara. Du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Du hättest das doch auch gemacht. Kalt. Ja. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Ja. Die Säuberung hat begonnen. Jetzt liegt es an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Äh. Äh. Die Säuberung hat es zu spät ist, wie sie zu spät ist. Die Säuberung hat es zu spät ist, wie sie zu spät ist. Was ist das? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020